willkommen zurück hier war ich schnell weg schauen wir mal weitergeht hier bei uns denn ich soll jetzt mal die über das machen wir doch stehe den sprengstoff aus 302 ok dann auf zu 302 bitte speziell aufträge für dort noch keine auftreten na dann geht's los ruf nach 302 also auch die ja 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 ARD Text im Auftrag von Funk Okay. Okay. In der Werkstatt. Okay. Okay. Oh! 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 er hat mich. Ein unwünsiger Zeitpunkt. Ich sollte auf die Zeit nach achten. Okay, das heißt, sie wechseln um 17 Uhr ungefähr. Okay, das ist um 18 Uhr. Dann machen wir das Draw. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht? Okay. 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 ich jetzt 18 uhr wechselt durch damit ich zumindest schon mal nach hinten kommen vorderseite seite er geht jetzt zur vorderseite er geht in die garage und auf die muss man und auf die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ah, heute ist echt nicht mein Tag, ey. Ah, Himmel und Zugenäht. Hm, ups ja. So. 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 ganzen Missgeschicken hier auch noch mal erwischen. Das Risiko gehen wir nicht an. So, jetzt verstecken. kommen wir in die werkstatt auf die haben wir die zündverründung regnet sich ein drei monate und eins gut dann würde ich sagen fahrt jetzt so fand bei vertiki zwei dinge hat und dann ist unser nächstes hier wieder mal 301 dort holen wir uns denn die zündverrichtung dann bedanke ich mich schon bei euch fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja kommentare likes auch müssen gern gesehen und dann sage ich bis zum nächsten mal ciao ciao